Willkommen zurück zu Enodyne. Ab dieser Folge befinden wir uns in dieser Schwarz-Weiß-Welt. Die sind alle ganz schön blass hier. Youngtown. Eine Stadt. Okay. Alles klar. Äh, sagst du irgendwas? Nein, er fällt nur... Ohnmacht. Ohnmacht. Nein, die sind... Ups. Nein. Verdammt. Falscher Knopf. Äh. Sagst du irgendwas? Du? Wieso habe ich jetzt ein Dolchschwert? In meinem Kopf sieht das aber nicht so aus. Was ist mit dir? Was bist du denn? Okay, du machst Schaden. Wow. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel der uns abzieht. Aber wow. Hello. Hey, ich kann da... Ja, ich kann da drüber springen. Aber... Ich kann zwar runter springen, aber nicht wieder hoch. Ähm... Genau, ähm... Okay. Ying und Yang. Äh... Äh, ne, bleib mal weg. Speicherpunkt. Weiter nach unten können wir noch nicht. Da wäre dann wahrscheinlich der Stadtausgang. Okay, Moment. Kommen wir denn da unten rum? Ja, was mit dir? Ich sag's auch nix. Hm. Ich weiß ja nicht, was ich von all dem halten soll. Also in meinem Kopf sieht's wirklich nicht so aus. Okay, er steht vor der Tür. Hm, was läuft hier? Das soll wohl Laden sein. Das sieht aber jetzt nicht so aus, als ob ich hier irgendwas machen könnte. Dafür brauche ich 16 Schlüssel. Okay. Wir können da lang. Aber es war vorher verschlossen. Also schauen wir erst mal hier weiter. Lauter Schatten gestalten. Ich kann nur die Leute abschlechen. Ich kann mit keinem reden. Nein, das wollte ich nicht. Ähm, hm, hm, hm. Ja, okay. Wow, da sind schon mehr von denen. Okay. Nein, was? Ach, weil der Typ da steht. Was ist das denn? Uh, 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 lauf. Schon wieder ein Speicherpunkt? Mhm. Oh. Ähm, das sieht nach... Weiß ich nicht. Irgendein Haus aus Dungeon. Kein Schimmer. Öh. Öh. Oh, wow. Da hat aber einer... zur Extremmethode gegriffen. Hm. Ich hätte gern... Ja, ich hätte gern... Lass mich raten. Ich komme hier nur... Mehr Lebensenergie nehme ich immer. Ach so, das war dafür. Ist auch super zu erkennen, wo wir uns gerade befinden auf der Karte. Nein. Ach so, da müssen wir an dem Typen vorbei. Lauf! Vor ist Lauf! Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt. Müssen wir wieder an dem Typen zurücklaufen. An dem Jungen. Das ist ganz schön creepy hier. So. Ja. Drohla, bleibs da. Ach, hier haben wir ein Portal. Habe ich das vorhin übersehen? Ähm, dann bleibt uns ja nur noch der Weg nach oben. Hier ist auch nix mehr. Da war dann ja das Haus. Mit der Leiche. Kommen wir da hoch? Nein. Aber... Okay, ich muss da bestimmt... Ja. Das ist zum... ...wieder zurückzukommen. Stopp, da kommen wir nicht weiter. Noch ein Portal. Ganz schön viele Portale hier. Okay... Okay... Aha... Das ist jetzt... Da könnte ich drüber laufen. Neue Gegner. Was ist das? Nein, ich hätte dafür zwei gebraucht. Okay, das war jetzt... Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch gleich mal... Nein, geht nichts anderes auf. Äh, geht nichts anderes auf. Ach, nicht schon mit diesem blöder Hund. Einmal zuhauen und dann weglaufen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Wer baut denn solche Hütten? Hüpf. Okay... Damit können wir... Damit können wir... Hmm... Und da können wir nicht... Dann werde ich doch jetzt mal nach oben gehen. Und da kommen wir natürlich auch nicht weiter. Weil... Warum auch? Ich muss jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass... Die Viecher... Jetzt sind sie auf einmal weglaufen. Läuft also von mir weg. Wie? Was passiert denn hier? Das ist... Das ist... Das soll Wasser sein. Gut. Hmm... Was bist du? Äh... Okay, ich dachte schon, den könnten wir nicht besiegen. Klettern wir mal aufs Dach. Ups. Ich dachte schon wieder, das wäre eine Wand. Was bist du, du? Was? Waaah... Hm... Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Klo. Was ist hier? Ne, das ist ein Bad. So ein Bad, kein Bart. Ach, Herr Jemini, ich weiß gar nicht. Wo wir hier langen müssen. Ups. Ne, schau mal nicht. Doppelt gemoppelt. Lauf. Jawohl. Jawohl. Hier können wir das auch bedienen. Klar, wir kommen so nicht an. Hätten wir das von der anderen Seite machen müssen? Ich glaube es ja fast, weil... Er kann nicht mehr über so ein blödes Sofa drüber springen. Ach, Mann. Wow. Nein. Äh, äh. Äh, 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 äh. Wir können... Nein, das ist... Jetzt ist es eine Wand. Das muss ich wohl abpassen, oder nicht? Ähm, das muss ich wohl abpassen, oder nicht? Das ist ja ein blödes Rätsel. Äh... Ja, nein, vielleicht... Äh, ich sehe es noch nicht. Also... Okay, das war hier. Hier können wir nichts weiter machen, aber wir haben eh weiter unten am Schlüssel vergessen. Okay. Der läuft da hin. Aha. Wir können da noch in den Keller rein. Aber ich glaube, wir schauen uns das mal im nächsten Part genauer an. Weil so richtig habe ich schon... Ich habe schon so ein bisschen den Überblick hier verloren. Vielleicht steigt da nächstes Mal durch. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis bald. ...